So, wenn es geregnet hat, dann sind die Flüsse mal eben so wild hier und bringen den ganzen Kram vom Berg runter. Da bin ich eben auch schnell schon rüber. Jetzt heißt es ein wenig trocknen. Schuhe, stocken, alles. Ausnutzen. Wer weiß, wann es wieder anfängt zu regnen, aber im Moment sieht es sehr gut aus. Dampfe vor mich hin hier. Sieht man wahrscheinlich gar nicht.